Und meiner Ansicht nach hat weder die FINMA noch die Nationalbank realisiert, es geht nicht um die Kreditswissen, das wäre das kleinere Übel gewesen. Der Finanzplatz ist fertig. Und das haben sie beide nicht realisiert, sonst hätten sie früher den Mund aufgemacht, hätten sich früher überlegt, was sie machen können, um die Bank zu retten, wenn man sie noch retten könnte.